Telefonakquise, Klappe, die zweite. Schön, dass du wieder da bist. Kennst du eigentlich die perfekte Antwort auf um was geht's denn? Also, falls nicht, dann bleib auf jeden Fall dran. Okay, also du nimmst das Telefon, du bist in der Kalterquise, du weißt, Ansprechpartner, Durchwahl, unbekannt. Du musst irgendwie herausfinden, wer ist denn jetzt eigentlich mein Ansprechpartner im Unternehmen und du landest irgendwo in einem Vorzimmer oder an einer vorgeschalteten Stelle und musst jetzt eigentlich nur verkaufen, dass du weitergeleitet wirst. Das ist der Punkt und lass uns mal darüber sprechen, welche Antworten ich dir mitgeben kann, die auch in der Praxis funktionieren. Die erste Situation ist folgende, du rufst da an, sagst, schönen guten Tag, mein Name ist Robert Wilhelm. Sagen sie, es geht darum, wie sie nachhaltig, neue Kunden etc. pp. Wer ist denn da bei ihnen verantwortlich? Und die sagt, ja, Herr Wilhelm, warten Sie mal, muss ich mal schauen. Macht bei uns der Herr Müller, der Herr Müller aus dem Marketing. Ah, okay, super, der Herr Müller. Sagen sie, sind sie so gut, dass sie mich durchstellen? Und die sagt, um was geht's denn eigentlich? Und jetzt, pass auf, jetzt kommt's. Du bist komplett aus der Fassung, komplett aus der Bahn. Vielleicht, damit du es besser nachvollziehen kannst, stell dir vor, du rufst deine beste Freundin oder deinen besten Freund an und jetzt geht irgendwie die Mutter oder der neue Freund, die neue Freundin ans Telefon und du sagst, Mensch, ich will die Laura, ich will den Hannes sprechen und die beste Freundin oder die Mutter sagt, um was geht's denn? und du lässt das Telefon fallen, bist völlig perplex, weil, das hast du doch noch nie erlebt, oder? Du willst deine beste Freundin sprechen, also, ey, gib einfach das Telefon weiter. Und genau das, genau das nutzt du auch an dieser Stelle, wenn du in einem Unternehmen anrufst und die fragen dich, um was geht's denn eigentlich? Ähm, wieso? Ist der Herr Müller heute gar nicht im Haus? Wenn du morgens anrufst, sagst du, ähm, wieso? Ist der Herr Müller noch gar nicht im Haus? Oder wenn du am Abend anrufst, ähm, wieso? Ist der Herr Müller heute gar nicht mehr im Haus? Warum machst du das? Also, die Reaktion, die erwartet wird, wenn dich jemand fragt, um was geht's denn? Ist ganz einfach, dass du jetzt erklärst, um was es geht. Und, was machen die meisten Verkäufer in dieser Situation? Die erzählen 5000 Merkmale, wie lange sie schon am Markt sind und wie viele Standorte es gibt weltweit. Völliger Bullshit, interessiert gar keinen. Jetzt geh einfach mal in eine andere Schiene und reagier mal mit einer Art und Weise, wo keiner mit rechnet. Nämlich genau so, dass du sagst, äh, wieso? Ist er heute gar nicht im Haus? Bitte frag mich jetzt nicht, was sind die psychologischen Hintergründe, Robert? Es ist, es ist, mach es einfach, mach es einfach. Ich hab's auch hinterfragt, als ich's das erste Mal gehört habe, als ich es damals gelernt habe. Aber ich hab's einfach mal mitgenommen, ich hab's einfach ausprobiert, ich hab's gemacht. Und es hat einfach eine unheimliche Erfolgsquote. 50% stellen dich an der Stelle durch, 50% fragen nochmal nach, da haben wir auch gleich eine Antwort für. Aber erstmal bei 50% kommst du eine Nummer weiter, eine Nummer weiter, eine Runde weiter. Und, ähm, du bist deinem Ziel, nämlich dem Ansprechpartner, dem Entscheider, ein Stückchen näher gekommen. Also, nochmal, völlig perplex, 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 völlig überrascht, sagst du. Äh, wieso? Ist er heute gar nicht im Haus? Doch, Herr Willem, der ist da, ich stell sie durch, oder? Nee, Herr Willem, der ist, ähm, der ist schon da, aber bevor ich sie durchstelle, da brauche ich irgendwie ein Stichwort von Ihnen. Okay, alles klar, Stichwort sage ich Ihnen gerne. Eskalationsstufe Nummer 2. Es geht um mein Angebot. Sind Sie so gut, dass Sie mich durchstellen? Es geht um ein Angebot. Es geht um mein Angebot. Oder um ein Angebot? Vielleicht auch um mein Angebot? Äh, Leute, ist doch völlig wurscht, ob es jetzt dein Angebot ist oder ob es ein Angebot ist. Warum nimmst du das Telefon in die Hand und warum rufst du ein anderes Unternehmen an? Warum machst du das? Weil du doch ein Angebot hast, oder? Du hast doch ein Angebot. Du hast ein Produkt, du hast eine Dienstleistung, einen geilen Service, was auch immer, aber du hast ein Angebot in der Tasche. Und deswegen rufst du da an. Und deswegen kannst du völlig frei und locker sein und sagen, es geht um mein Angebot. Sind Sie so gut, dass Sie mich durchstellen? Weil, denk dran, an jeder Stelle freundlich und gleichzeitig bestimmt, sind Sie so gut, dass Sie mich durchstellen? Mein Name ist Robert Wilhelm, ist nochmal diese Aufforderung auf eine sehr, sehr freundliche Art und Weise, dass du jetzt durchgestellt wirst. Also, es geht um mein Angebot. Es geht um ein Angebot. Jetzt hast du wieder 50%, die dich durchstellen und 50%, die sagen, ja, Moment mal, Herr Wilhelm. Also, Angebot hat ja jeder, der ihr anruft. Aber hat er das denn jetzt schon bekommen? Oder wollen Sie noch eins verschicken? Und du sagst, sehen Sie, Frau Friedrich, genau aus diesem Grund rufe ich an. Sind Sie so gut, dass Sie mich jetzt durchstellen? Mein Name ist Robert Wilhelm. Was ist jetzt passiert? Du hast wieder nicht auf die Frage geantwortet. Du hast nur gesagt, sehen Sie, das ist ein guter Punkt, mit einem Lächeln in der Stimme. Und genau aus diesem Grund rufe ich heute an. Sind Sie so gut, dass Sie mich einmal weiter verbinden an den Herrn Müller? Ja, mein Name ist Robert Wilhelm. Wenn die irgendwann mal sagen, Herr Wilhelm, ich habe Ihren Namen jetzt verstanden. Ja, ist doch gut. Ist doch schön. Wenn du nochmal anrufen musst, weil Herr Müller wirklich gerade auf dem Klo ist, dann musst du nie wieder deinen Namen sagen. Die kennen dich jetzt im Unternehmen. Also, das ist eine witzige Sache. Du musst es immer mit der nötigen Lockerheit nehmen. Du musst immer freundlich bleiben. Du darfst nie in eine Arroganz abrutschen. Und dann funktioniert das auch. Übrigens, es ist ganz, ganz selten, dass du jetzt an der Stelle nicht schon beim Entscheider, beim Ansprechpartner bist. Falls du doch mal an der Stelle nochmal hängen bleibst und nochmal gefragt wirst, Herr Wilhelm, ich habe das jetzt nicht verstanden. Hat er das Angebot schon? Wollen Sie eins abgeben? Rufen Sie gerade das erste Mal an. Was ist denn eigentlich los? Dann sage ich auch ganz gerne, wissen Sie, Frau Friedrich, ich sage es Ihnen gerne, es geht um die Einführung einer Balance Scorecard für Ihren Vertrieb, im Speziellen für Ihren Key Account. Und da möchte ich ganz gerne mal im Speziell Ihre A- und B1-Kunden beleuchten. Sagen Sie, sind Sie da schon so weit im Thema, dass wir beide uns unterhalten können? Oder stellen Sie mich durch zum Herrn Müller? Oder wollen wir mal gemeinsam im Kalender schauen, wann ich ihn gut erreichen kann? Jo, das ist die letzte Eskalationsstufe. Das hört sich jetzt auch schlimm an. Das ist natürlich irgendwie schon rhetorisch eine kleine Ohrfeige, weil du jetzt etwas so kompliziert ausdrückst, dass der andere nur noch Bahnhof versteht und sich denkt, komm, bevor ich hier was Falsches sage, stelle ich mal lieber durch. Das Gute ist, es ist gar nicht meine Absicht, das zu machen, sondern ich bin schon vorgelagert meistens an der Stelle durchgekommen, habe irgendwie den Namen ja auf jeden Fall schon parat. Vielleicht kriege ich auch noch die Durchwahl. und wenn es wirklich mal funktioniert, Vertrieb, Verkauf ist immer, hab das Bewusstsein, du wirst nie alle überzeugen. Und die, die du nicht überzeugen kannst, die meinen das auch nicht persönlich. Soviel zum Thema Umgang mit Abneigung. Sei da einfach fromm und fröhlich. Du hast noch andere tausend Möglichkeiten, wie du da rankommst. Oder du sagst, okay, komm, mach ich einen Haken dran. Ich nehme den nächsten Kunden. Das hat dann immer auch was mit dem Potenzial zu tun. Aber, ich wiederhole es immer wieder, weil es ist einfach so, bist du da draußen am Telefon freundlich und gibst ganz klar die Richtung vor und sagst auch ganz klar, wo du hin willst. Und vermeidest unnötige Informationen, sondern kommst auf den Punkt. Dann wirst du erfolgreich sein am Telefon. Du wirst einfach erfolgreich sein. Bestimmt freundlich, komm auf den Punkt und hab einfach eine Antwort parat, wo du nie auf die Frage antwortest. Das ist das, was du am Telefon machen solltest. Immer wenn du sagst, um was geht es denn? Es geht um XYZ. Passiert folgendes. Warten Sie, Herr Wilhelm, ich höre da mal kurz nach. Jetzt bist du 30 Sekunden in der Warteschleife, nichts passiert. Dann kommt sie wieder und sagt, ich habe gerade mal nachgehört. Haben wir kein Interesse. Ihnen dann einen schönen Tag. Tschüss, schönen Sommer. Wie du vielleicht auch auf diese Situation reagieren kannst, klären wir in einem nächsten Video. Ich wünsche dir erstmal viel Spaß mit den einzelnen Schritten. Geh einfach bitte in die Umsetzung und schreib mal in die Kommentare, was es dir gebracht hat. Denk an den Daumen, abonnier den Kanal und dann freue ich mich, wenn wir uns bald mal persönlich kennenlernen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020